Herzlich Willkommen zurück auf meinem Kanal Stimip Play und heute gibt es wieder mal ein Let's Play, ein etwas anderes Let's Play, das ich hier gerade auf meinem Nvidia Shield Tablet aufnehme, was ich auch ein Video drüber gemacht habe, findet ihr auf meinem Kanal, genau. Und ja, wenn wir mal mit dem Spiel beginnen, hier spielen wir Einzelspieler, so, dann sieht man jetzt hier, das ist das Spiel, genau, das ist das Spiel, warte, kann man noch zurückgehen, genau, Pool bei Miniclips, mir ist hier keine Werbung, aber ist ein Bildartspiel, ist übel, nice, spiele ich hier in letzter Zeit sehr oft, darum habe ich mir gedacht, ich mache ein, ja, mache ich mal ein Let's Play, und ja, jetzt schreiben wir alle Leute, ist ja richtig cool. Wir spielen jetzt mal zum Anfang eine 200 rum, da gibt es auch verschiedene Klassen, er sucht er hier, hat er gefunden auch, so, ich hoffe, die Sounds stören nicht, aber ich glaube, die werden nicht stören. Jetzt kann ich hier den Ball nehmen, ich mache den Ball jetzt immer so, dann lade ich hier voll auf, so, dann habe ich hier jetzt eine Kugel, was es senkt, aber jetzt entscheidet erst dann, ähm, die Kugel, jetzt kann ich noch eine zweite herunterschalten, Ich werde jetzt, glaube ich, ich zeige euch die vollen Kugeln oder die halben, ich glaube, ich nehme jetzt die vollen, die halben, das sind die mit einem Kreis, also wer Billi hat nicht kennt, ich spiele, ja, jetzt habe ich zwei eingeloggt, zweimal unterschiedlich, voll und halbe, aber ich habe trotzdem die voll, die halben, du hast die halben, das steht es auch, weil ich zuerst die halbe gemacht habe. Warte auf Antworten, deinem Gegner, okay, danke, dein Gegner sagt, danke, okay, alles klar, ja, danke schön, Gegner. Er sagt mir, danke, das finde ich cool, machen wir den rein, so, halte ich hier ein bisschen auf, nicht zu viel, so, dann mache ich jetzt die rein, dann werde ich jetzt diese grüne hier, da unten rein machen, ähm, so, ja, hat geklappt, so, coole Sache, ähm, jetzt probieren wir diese hier unten, wartet mal, das lädt es noch, glaube ich, ja, so, jetzt, machen wir die hier unten, ähm, hoffe, das klappt, so, 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 dass man nicht klappt, nicht, ja, kann man ein bisschen viel mehr aufladen, ich muss einfach schauen, dass ich die schwarze nicht einloche, weil die Schürze kommt eben zum Schluss, ich habe es hier oben, muss ich noch zwei versenken, vielleicht wird es eine schnelle Runde sein, mal schauen, schon wieder auf den Gegner warten, okay, ja, mach mal, mach mal, ja, es wartet gerade noch, das ist nicht so gut, jetzt geht's wieder, wer hat er nicht so gut hinterher, dieser, Typ, jetzt machen wir hier so, dann geht's in das untere Loch, oder auch nicht, ja gut, dann war's halt wohl nicht so gut, aber jetzt kann man mal sehen, jetzt sollte er nicht spielen, gut, hier oben, ähm, rechts kann man auch, ähm, den Drall, der Ball hat, Unterdrall oder so, aber benutze ich an den Zelten, weil, ja, keine Ahnung, brauch ich irgendwie nicht, außer mal am Fall, wenn ich nicht, wenn ich will, dass der Ball zurückrollt, nicht ins Loch geht, ja, sonst war ich das eigentlich sehr selten, und, mal schauen, wie haben wir, hat gerade ein bisschen zwei reingemacht, ich muss nur noch zwei reinmachen, aber ich glaube, jetzt, den Grün könnte er, na, wird eng, nein, schafft er nicht, okay, schafft er nicht, so, jetzt machen wir den, oh, und machen wir den hier rein, den Orangen, so solltet er reingehen, perfekt, nein, nicht noch den gelben, oh mein Gott, das wurde eng, okay, das war jetzt eng, machen wir den noch einen Violetten rein, komm schon, wartet wieder auf Antwort des Gegners, der Gegner hat wohl, schlechtes Internet oder so, danke, er sagt schon wieder, danke, wieso sagt er danke, es läuft bei ihm, Antäuschung, und dann habe ich ihn noch reingemacht, nice, 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 so, jetzt machen wir hier noch einen schwarzen Leiden, habe ich schon gewonnen, kleine Runde, aber, nice, so sollte der, glaube ich, ja, noch ein wenig, so sollte der reingehen, na, oh, geht der hier unten rein, nein, geht der nicht, okay, da war weniger gut, ja, gut, dann ist das Gegner wieder dran, mal schauen, was der Typ jetzt macht, ob er es im Griff hat, oder nicht, es geht ihm mit 200 Coins, ja, so, er macht Rall, wieso auch immer, keine Ahnung, was will er jetzt machen, jetzt probiert er den roten rein machen, und dann den gelben, okay, hätte ich auch so gemacht, ich hoffe, er gewinnt jetzt nicht, ich mache nichts, wenn er jetzt, wenn er jetzt noch gewinnt, ich würde ausrasten, ohne Witz, Leute, ich würde ausrasten, ich würde ohne Witz ausrasten, weil es wäre einfach nicht gut, ich hoffe, er macht ihn nicht rein, ja, der muss er jetzt rein machen, sonst wäre ziemlich schlecht, er macht wieder unter Drall, also, das läuft bei ihm, er gewinnt noch, ich hätte ihn machen sollen, weil jetzt kann er den noch rein machen, und dann, ja, er hat ihn verfehlt, ja, meine Rettung, Leute, wir haben gewonnen, er hat ihn verfehlt, machen wir jetzt einen schwarzen hier unten rein, du bist dran, okay, machen wir jetzt einen schwarzen hier unten rein, so, jawohl, gewonnen, Leute, ist nice, war eine 200er Runde, wenn wir jetzt gleich noch eine 1000er Runde machen, sehen wir uns gleich wieder, das ist die 1000er Runde, die steht auch preis 1000, wenn wir mal einen Gegner suchen, Emily, alles klar, wir spielen gegen Emily, und ja, ich habe den Ball am Anfang, okay, das ist nice, schauen wir mal, ob einer rein geht, der ging rein, okay, das ist cool, da bin ich, habe ich eine halbe Kugel eingelacht, dann will ich auch die halben bleiben, hat er letztes Mal schon die halben, und die haben wir ja Glück gebracht, so, machen wir jetzt hier mal, den rein, okay, ja, und jetzt muss ich also, auf deutsch gesagt, Gutholz, einfach mal rein, Ball an das Zeug hier, weil man eigentlich gar nichts machen kann, boah, es wäre fast die schwarze reingegangen, what the fuck, das wäre gar nicht gut gewesen, na gut, dann ist er jetzt, also sie jetzt dran, besser gesagt, Emily ist es dran, ähm, sie kann jetzt den Ball in die Hand nehmen, weil ich, ähm, keinen versenkt habe, und ja, darum, glaube ich, jetzt war es so, wenn ich es falsch ist, korrekt mich nicht, und ja, wenn es euch gefällt, Leute, sagt es mir, schreibt mir Feedback, und sagt mir, es ist cool, da mache ich mehr darüber, ist schon nice, auf meinem Tablet aufzunehmen, finde ich echt cool, und ich meine, ich habe das Tablet ja nicht umsonst gekauft, ich habe es eigentlich gekauft, für Juna und ein bisschen aufzunehmen, so ein bisschen keine Minispieler oder so, oder könnt mir andere Apps schreiben, die ich gerne mal jetzt planen soll, das wäre echt nice, so, schauen wir jetzt mal, also, sie geht gut ab, sie hat jetzt auch zwei, wie ich vorher, jetzt macht sie den grünen noch rein, ja, der geht glaube ich daneben, ja, so könnte er, ja, so könnte er reingehen, nein, nein, so geht er nicht rein, Emily, nein, nein, Emily macht jetzt, sie hat nicht mehr viel Zeit, es geht auch um Zeit, oben sieht man das bei ihrem Profilbild, ja, sie hat ihn reingemacht, doch der Weiße geht fast auch rein, okay, ja, was will sie jetzt machen, also, ja, jetzt kann sie eigentlich nichts mehr machen, außer sie macht den roten, ja, sie macht den roten rein, war klar, war klar, doch jetzt will, macht sie sicher den blauen rein, der unten rechts, weil sonst wäre sie ja schon ein bisschen, Leute macht den gelben rein, ernsthaft, ernsthaft, Emily, dein Ernst, du könntest den blauen so gut rein machen, da gibt es ja fast keine Zeit mehr, war nicht die beste Entscheidung, Emily, nein, was jetzt fast mal ein grün rein gemacht hat, aber, ja gut, ich mache jetzt mal kurz ein grün rein, so, dann machen wir jetzt den gelben, wenn ich das hinbekomme, ich habe keine Ahnung, so, ja, war schlecht, war schlecht eigentlich, eigentlich war es schlecht, ja gut, mal schauen, was er jetzt, was sie jetzt macht, eigentlich sollte ich sie jetzt in violetten Leinen machen, ich bin Level 9, sieht man hier oben noch, bei meinem Namen, ich habe es immer so am Abend gezockt, so im Bett ein bisschen chillig, ist schon nice online, so, sie macht jetzt den rein, war klar, ja, hier oben ist eben das Problem, der schwarze ist im Weg, weil, ja, sie hat gewonnen, sie hat gewonnen, diese Note war gar nicht gut, diese Note war überhaupt gar nicht gut, sie hat gewonnen, ich denke schon, ja, was macht sie jetzt, sie probiert den da hinten rein machen, so ist das gar nicht gut, nein, so schon eher, aber glaube, ist schwierig abzuschätzen am Anfang, aber man gewöhnt sich dann dran, und kriegt dann ein bisschen, ja, weiß dann langsam, ist halt cooles Spiel, kann ich nur empfehlen, was, lol, habt ihr das gesehen, what the fuck, sie war übel, das war glaube ich Glück, das hat sie nicht, das sollte sie nicht, niemals, also ich denke mal nicht, außer sie ist übertrieben krass, aber sie ist level 9, von dem her, sie wollte das, lol, ich soll übertrieben, übertrieben, okay, ja, der Scheiß ist jetzt, dass, ähm, wenn ich jetzt den da machen, und ich steffi 100% den gelben, außer, außer ich mach das so, ach das, nein, der gelbe, wie knapp, Leute, wie knapp, okay, jetzt macht sie den gelben rein, und dann, hat sie glaube ich keine Chance mehr, um den schwarzen anzumachen, wir können auch gewinnen, aber wird schwierig, wird schwierig, also ruhig bleiben jetzt, so, jetzt machst du den rein, ja, mach ihn rein, nein, ich hab gewonnen, sie hat gewonnen, sie wird ihn 100%ig hier unten versenken, hier muss man auch angeben, wo man den schwarzen rein macht, ja, sie macht ihn da unten rein, war klar, hier unten, da sieht man es beim roten Rand, jetzt machst du ihn rein, und hat dann gewonnen, ja, war klar, ja gut, Emily hat gewonnen, cool, und Emily, wenn sie das Video vielleicht schaut, aber ich denke mal eher nicht, so, das war's, das Spiel, ich hoffe, es hat euch gefallen, es war etwas anderes, auf meinem Tablet, ich hoffe, es hat alles geklappt, mit der Aufnahme und so, ich hab keine Ahnung, hoffe mal schon, dann war's für dieses Video, danke fürs Zuschauen, bitte mich über einen Daumen hoch, und über ein Abo von, damit ihr kein Video mehr verpasst, und ciao, Leute,